1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 verdammt kommt ja gar nicht hin 7 7 und in der mitte 8 über das geht so da kommt jetzt hier dass er ein bisschen symmetrisch dann brauche ich das da ab da kommt hier wieder eine ganz normale hochgeschwindigkeit 234 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 so geht das doch ich hier mal noch eine hin zur sicherheit ich habe keinen bock dass er trotzdem so dann hätten wir jetzt hier sozusagen da könnte ich jetzt umstellen ob ich jetzt nach rechts will ach ich muss hier noch blöcke daraus machen 1 2 3 4 5 6 6 mal 9 sind jetzt kommt das große gerechnet hier eigentlich habe ich das gefühl sollte 54 50 sagen aber ich sag 3 ach das ist pharaohs deswegen geht das nicht dafür schmeiß ich nicht extra in den Ofen so oh wieder schön Level hier nur weil ich so viel im Ofen hatte nur weil ich so viel im Ofen hatte schon schlau dass ich das erst hinterher rausnehmen nach dem Entschenden weil ich Level 30 war da kriegt man kaum noch Level dann bin ich gut das ist eigentlich noch was drin dann kriegt schon viel Level das ist noch nicht mehr viel wert ja stimmt ne man bekommt genauso viel XP aber das das ist noch nicht mehr so viel wert ja so und jetzt würde ich direkt in die Richtung fahren sozusagen aber der geht trotzdem noch dahin ne ja gut gut nicht dass er jetzt hier so abbiegt das wäre kacke ich will direkt dann in deine Richtung fahren das wäre so ein scheiße ich mein ich biege dann so wieder in die Richtung fahr wieder zurück die so nein ok das mit dem Kabel hier geht gar nicht ne schämlich hab ich zwar gesetzt aber aber verdammt das hätte ich vielleicht nicht zumachen sollen naja zu spät wow ich hab mich selbst ausgesperrt Annelie hier ist hell genug schätzig die Spanien ja keine Monster oh schon wieder Dias Leute ich baue mich in die Richtung Dias ich baue mich in die andere Richtung Dias ok wie weit ist das hier 1 2 3 4 5 6 ok erstmal die Dias abbauen bevor sich hier so ein Typ zu mir teleportiert aus Neid was willst du ich meinte ich ja nicht gar nicht ich dachte ja an Schaffel äh gut daraus geredet gut daraus geredet oh man ich hab keine Freunde 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Scheiße kommt nicht auf oh schon an die das ist dasselbe ja flöte ich würde grad sagen schon wieder Dias jetzt hab ich 19 Dias so 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 1 2 3 4 5 nein ach 6 1 2 3 so also warte nochmal vorsichtshalber 1 2 3 4 5 6 ok das passt damit das so ein bisschen das hat zwar keinen Zweck aber das muss so ein bisschen man das hat sein kein Swag aber schon wieder Dias ich glaube das nicht oh du Penner was ist denn hier los dabei bin ich gar nicht so richtig am U-Bahn bauen sondern nur um so ich mach nur so ne Abzweigung ich bin die ganze Zeit mit der Abzweigung von meiner Privatstrecke zu öffnen zu unseren Strecke Prozent beschäftigt und die kriegen ganze Zeit hier jetzt jetzt regt mich irgendwie jetzt auf ja sollte es auch so mal gucken ob ich gleich richtig getroffen hab oh Rubine die gleich mal mit bevor ich es vergesse so ach hier ah dann bin ich viel zu weit guck mal hier muss es nämlich runter genau dann kann ich das hier zu bauen interessant ich rede nicht mit dir ich weiß es ist interessant war auch wirklich nicht an dich gerichtet für die Krippe der Exilie zu Interessante dritte sie dich eigentlich im Scheißdreck oder die Krippe ja nicht dann sprengt er sich so nein was habe ich getan sie sind alle tot hm interessant das ist da dann dann mach ich mir jetzt mal hier so Eisengitterstäbe also das jetzt die ganze Zeit äh Feuersteine aus Gravel zu kriegen vor allem du hast eine hundertprozentige Chance dass da Feuersteine rauskommen das ist doch gar nicht so viel was willst du denn was sag nichts sag mal sag mal nein der soll in die Richtung gehen ach nee jetzt bräuchte dafür wieder ah nee 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 ging schon muss ich ich wollte gerade sagen jetzt hätte ich hier wahrscheinlich nicht ich bin nicht der Gäste aber für die auch weiß da eigentlich nicht wenn die Kürmer Vertrauensschutz 4 das ist hins vorher das ist in zwei ja schutz 1 so und schutz 1 In jeder Fall eine Stärke-Schärfe-Effizienz. Wenn man Schutz 1 und Schutz 1 zusammen macht, bekommt man ja Schutz 2. Kann man das auf irgendeinem beliebigen Gegenstand zu Schutz 2 machen und dann später den Gegenstand einfach weglassen? Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt Schutz 2 aufm... Ja? Hm? Hä? Was willst du? Ja, du so, wenn ich Schutz 2 hab aufm... und dann sagst du nicht weiter und dann ich so, hä? Weil du nicht weitergeredet hast. Hm. Ich glaub, das macht Sinn. Ach so, das ist ja keine... Wenn ich jetzt Schutz 2 aufm Stein rauf tue, dann kann ich das doch die Schutz 2 vom Stein... Äh, die Schärfe meine ich. Die Schärfe 2 vom Stein aufm Todeschnitz übertragen, damit ihr aufm Todeschnitz die Schärfe 3 habt, ne? Das geht glaub ich nicht. Äh... Von Item zu Item geht das nicht. Da muss das schon zweimal so ein gleiches Item sein, ne? Ja. Oder ein Buch. Toll. Kann ich zwei Schärfe 1 Bücher zu einem Schärfe 2 Buch machen? Das geht glaub ich auch nicht. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Muss ich gucken, das kann ich jetzt nicht so versprechen, um ehrlich zu sein. Mal sehen wir mal das G-Pack. Da kommt mal eine Fackel ran. Aber wo zum Teil sind meine ganzen Bögen, ich hatte so viele. Das finde ich die wieder nicht, das sind die. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob das so funktioniert. Jetzt hab ich natürlich nicht geguckt, der ist jetzt auf Aus, ne? Oh, jetzt soll ich hier meine Kohle... Jetzt hab ich kein Schild dabei, oder? Aber ich hab genug Holz, das ist schon mal gut, dann brauch ich mir hier mal eins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so... 1, 2, 2, 3, ...